Aber was heißt das? Warum kriegen wir eigentlich die Level? Hm, scheinbar brauchbar... Wow, hab'n Geheimgang gefunden! Dito! Oh, erschaffe Wolf! Hast du Knochen? Nö, du! Mhm. Oder? Ich kann doch kann sein, vom Skelettyp. Uhhhhhh... Nee. Fearen wir oben schon? Oh? Nein. Esseön... Und Knopp. Fearen wir schon in den Garten? Nö, im... Major West. I have finally finished the work I've been slaving away at for years now. Soon I must return to the coordinates and make sure my investment is protected. 384812572 I must also remember this poem. The blackest of nights, not a star in their heads. The green fields inside, let us flee from this plight. Find a way into the wooden ship's bridge and navigate the ship to the recorded coordinates. Okay, gib mal bitte das Buch. Das... Ah, ja, ja. Welche Koordinaten hier? Ja, ja. Willst du's haben? Ja. Bitteschön. Ja. Willst du's navigieren? Willst du's navigieren? Willst du's navigieren? Ja, das war... Das war... Ja. E? Da ist ne... Maikartstrecke. Ja. Aber erstmal... Erstmal ins Schiff. Was ist da? Hast du schon im Garten... Au, 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 au. Bitte? Hast du schon im Garten geguckt, ob da irgendwas ist? Ne, du. Können wir ja gleich hin, lass erstmal ihr das Schiff navigieren. Ich hab ein Boot mit zwei Goldnackens gefunden. Okay. Wo bist du hingegangen? Das Schiff... Das stand Level 50 only und da bin ich reingegangen. Achso, was ist denn da? Weiß ich nicht. So komische Zahl, Hebel. Oh, ich will erst Minecraft fahren. Was willst du? Minecraft fahren. Okay. Ticket. Entrance. Let's drive. Ey. Haust du wo ab? Nein. Nein. Das ist wohl mein Minecraft. Geh mal bitte raus. Dankeschön. Das war aber meins. Ja. Hui. Nein. Ist das hier fisch? Nein. Ja. 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 Boah jetzt ist es lauter. Ja. 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 Na ja. Aua. Das ja mehr Geister waren als Akmer waren. Da ist sie... Nein nein nein. Ich hab dein Minecraft. Hier, ich hab sie da hingeworfen. Dankeschön. Warum steigst du denn aus? Das war echt ich. Ich wollte jetzt einen Pfeil hinterher schießen. Hat der gut geklappt? Ja. What the fuck. Ich hab's geschafft. Ich auch. Shoot the picture. Archery, shoot the picture, win a prize. Geschafft. Oh, ein Preis. Feuerresistenz. War das gebrauchen könnte? Geschafft. Geschwindigkeit 8. Und dieses Buch brauchen wir eh nicht mehr. Ich geh mal im Garten gucken, ob da noch was cooles war. Bevor wir das Schiff irgendwo hinsteuern. Mhm. Hier geht's runter. Wo? Neben so einer Höhle. Im Garten. Bei den Zuckerrohren. Ah. Ich wusste auch, dass ich davon irgendwas gesehen hab, ey. Da geht's da hin. Ich geh erstmal hier lang. Hier sind Diamant. Au! Hab ich mich erschrocken, ey. Alter Vater. Wo, 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 wo. Wie süß. Das hier. Ey. Oh. Alter, du wirst meine Masse verkauft. Ne. Bisschen. Ach. Ach. Scheiße. Was ist denn da? Lava. Oh, geil. Oh, ne Rüstung. Aber ne ziemlich geile Rüstung. Nein. 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 Ja. Was ist denn da so drin? Ne coole Rüstung. Ich mach das jetzt hier umständlich. Aber ist mir egal. Rüstungsgeil. Ja. Ich geh so lange mal an. Okay. Aber gut. Beiß wohl. Oh. 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 Heute beißt wohl keiner an. Na doch. So. Was kann die Rüstung denn? Ah nein. Fischig. Aha. Ah. Dann gibt er anscheinend EP. So. Aua. 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 Schon wieder erschrocken. Aha. Ist auch ne Kiste. Goldnuggets ohne Ende und wieder Essen ohne Ende. Also ich habe so viel Essen mehr, das ist übertrieben. Was tust du? Ah. Immer noch? Ja. So ich komm zu dir. Ich bin auf dem Weg. Soll ich nachbuchen? Ja lass mal nachbuchen. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ah. Da unten waren wir schon, ne? Wetten, ich geh wieder drauf da mal. Ich fall bestimmt nicht mehr runter. Ah. Da sind, hier ist ein Hebel. Hier sind Kühe. Hier sind Hebel. Hier sind Kühe. Und Kühe. Nochmal. Äh. Geht's hier hoch? Du hast es zugemacht. Lass es so. Jetzt. Da ist bisschen Kleber. Das ist immer noch falsch. Da fehlt noch einer. Nee. Ja. Nee. Ja. Aha. Es geht tatsächlich. Na 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 na. In der Truhr. Und ein Kompass. Ein Kompass. Ein Kompass. Beile und Gold. Haben wir alles. Okay, dann sag ich mal los. Ab zum Schiff. Was bringt uns eigentlich ein Kompass hier? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab ein Mini-Zombie. Ja, ist doch süß. Ach. Ich wollte schon ins Flugzeug steigen. Nee, wir reisen mit dem Schiff weiter. Anscheinend. Hast du das Buch noch? Aye Aye Captain. Gut. Nein, warte. Ich bin der Captain. Hier ist ein Wolf.